hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom let's play zu mine colonies tmtm tmc und genau wir haben hier hinten eine burg die wir wollen wir noch erkunden uns geht ich bin hier rausgekommen aus der mine wir waren ja im letzten part im ersten survival part ja hier unten und jetzt gehen wir zuerst einmal zurück zur insel und lassen ja mach mal einfach die sachen raus wir haben schon sechs diamanten gefunden scheinbar ist noch in der trunke noch hallo was weißt du was weißt du was weißt du was weißt du gut und genau jetzt gehen wir dann langsam bauen und machen einfach ein bisschen schneller noch vorwärts genau ins dorf wollte ich noch sagen wir müssen aber zuerst die crafting tables haben genau mal gucken was wir alles machen aber die insel ist schon mal hier wir haben gesagt wir machen eine burg auf dieser insel die ein bisschen smooth frau sie müssen entspannter muss ja nicht krieg sein muss ja nicht krieg bedeuten und ich will ja die städte auch ja im server modus er bauen genau haben wir irgendwo crafting table das auf der anderen seite das hier wo war das da vorne genau ok gut also einen ofen müssen wir mal noch machen sehe ich gerade hier haben wir mal zwei so hier erstmal kohle rein könnten eigentlich holzkohle oder so nehmen jetzt müsste mal ein bisschen loot rein ja man können ja schon mal rein tun genau da haben wir noch multicolor genau das coole erz gewesen sehr schön also wir tun jetzt einfach mal holzkohle machen oder ganz viele creeper jetzt das ist ein komischer modus ist ein komischer modus ich weiß nicht was ich davon halten soll also was man überhaupt machen kann weil ich habe ja diesen bond oder was das war habe ich nur im kreativ modus auf der anderen welt gehabt wenn man irgendwie die creeper ausfindig machen und dann irgendwie besiegen dann geben sie irgendwas aber genau weiß ich das nicht und deshalb ja ist egal müssen wir jetzt gerade nicht so machen so also da haben wir dann den geben hier mal ein bisschen sehr gut holzkohle und ja jetzt können wir eigentlich dann die sachen anpflanzen deshalb ich brauche ein bisschen stein ich brauche ein bisschen sticks so genau wunderbar so also ein bisschen mehr holzkohle bitte ja wir haben ein paar sachen zum anpflanzen also machen wir das mal am strand ein havel ist ja nicht zum anpflanzen hier ist ein samen jamswurzel muss ich mal schauen ob ich da raus bekomme ein samen so schauen wir ob wir da ja gut so das heißt hier oben erst mal so jetzt sind wir gleich mal so weit okay dann pflanzen wir hier den garten an und nicht die bäume so wie weit geht es vier so also hier das mache ich das weizen wegen den tieren dass die immer gejunkloaded sind hier dann können wir gleich mal rote beete anpflanzen und jamswurzel mache ich einfach hier drüben schon mal so genau also die setzlinge mal weg machen die will ich nicht hier so ein bisschen mehr zusammenhauen genau gut also schön ja so gut dann was haben wir hier auf der salatpflanze noch was der kopf salat wenn man ihn braucht also ich empfehle einfach weiterhin Weizen anzupflanzen und das heute müssen wir anordnen das nächste mal also wenn ich dann die pflanzen vollständig habe gewachsen hopfensamen hopfensamen hafer hopfen ja hopfen müssen wir nicht so äh wo ist jetzt der kopf salat wenn man ihn braucht hafersame haben wir keinen hopfen äh haben wir hopfensondensalat oder so raus gekriegt oder haben wir das irgendwo hingestellt hafer hafer ähm ja das sind die also hafer muss er nicht anpflanzen gut jetzt weiß ich eben nicht wo der kopf salat bleibt da beim lager unten aber da gehen wir mal kurz runter genau ist ja nicht weit hoffentlich also dass wir das sonst auch durchbuddeln können so hier haben wir schon mal die harten steine gehabt genau die wir nicht klein kriegen mit einer Eisenspitzsocke oder ja noch mit einer Steinspitzsocke damit so und genau hier unten haben wir keinen lager hier wir haben einfach keine kiste ja gut brauchen wir ja jetzt nicht lapis lazuli können wir noch mitnehmen genau und diese schöne steine da oben so der ist noch schön ja der ist eigentlich auch sehr schön das ist ja auch gröbel he oh was ist was ist das wieder gewesen das ist ein Shady Creed hier jetzt gewesen eine Frechheit wer macht solche mods der one heatet uns wir töten jetzt einfach die ganze Zeit wir töten jetzt einfach die ganze Zeit und sammeln Köpfe das ist eine Frechheit solche mods sind einfach Frechheiten okay bringt uns nichts ich frage mich wer macht solche mods das ist ja das ist unerhört unerding das sind Endgame-Mobs und die sollten nicht einfach angreifen oder so okay er bleibt hier wir können nichts machen der one two heatet uns mit Flammen ja da können wir nichts machen genau muss man ein bisschen mehr schauen ah knapp nicht jetzt und er explodiert noch bei Tod what the fuck ich mach den raus einfach ja dann wird er wieder installiert wenn ich das nächste Update lade mal schauen ob sie den irgendwann mal raus nehmen oder so der ist ja wirklich völlig völlig creepy he gut wieviel Köpfe habe ich jetzt wieviel tote acht stück what the fuck jetzt kommt sicher wieder nochmals ein Mystic Creeper weil es steht oben nochmals zweimal ja egal sterben wir halt wieder da haben wir eben mag Spiele nicht wo man zwanghaft irgendwie unbalanciert sterben muss wie zum Beispiel Last Epoch und Path of X und Minecraft und welche er kann ich gar nicht bekommen frag mich wieso denn oben steht ah ein Ding what the fuck kann ich aber auch nicht bekommen Ja, easy. Ist halt ein bisschen falsch, dieses Mop-Pack. Also es ist einfach nicht so klar alles gemacht oder so. Und eben ein bisschen unfalanciert, aber dafür gehört es ja eben meinen Colonies drin. So. Okay, wir werden den Skelett runtergegriffen. Schon klar. Ja, ich empfehle mal jetzt auch zu teleportieren. Jetzt haben wir noch mehr Probleme beim Raufgehen und alles mögliche. Und bitte diese Tote. Meine Güte. Nein, nicht das. Stollen auch nicht. Dann machen wir mal Spawn. Oh, okay, jetzt ist Nacht. Also dann gehen wir noch kurz in die Ruine. Ich habe aber das Gefühl, wenn sie wieder sterben. Wir nehmen auch mal ein paar von diesen Dingen mit Pflanzen. Genau, Pflanzen sind es. So. Jo. So, haben wir noch Platz? Nein, also gehen wir kurz noch ins Lager. Ähm, haben wir da noch Pflanzen? Ah, sie ragen ein bisschen. Aber die kommen zu oft. Und sind einfach viel zu stark. Ist zwar ein richtiger, oh, ich brauche den Mod nicht, aber es ist geil, ihn einfach zu haben, damit ich anderen viele Nerven kann mit meinem Mod weg. Mod. Aber gut. Also so schlimm ist es auch nicht. Dann sterben wir halt ab und zu. Also ich gehe denen so gut wie möglich aus dem Weg, solange ich nicht die besiegen kann. Aber eben, sie geben auch nichts. Ja gut, sie geben gute Hosen. Aber sonst geben sie nichts. Hm. Komisch. Und eben ein bisschen eine Frechheit. Aber naja. So. Und hier muss ich ja wieder Holzkohle. Yay, ich habe Köpfe. Ah nein, ich wollte ja nicht die reintun. Ah, da Senfsan. Ja und wo sind die anderen? Ich habe doch noch mehr. Ich habe doch gerade Sachen reingetan. Die mache ich mal rein. Die Blöcke. So. Gut. Nein. Da noch. Also. Pflanzen wir weiterhin. Also Kohlsam. Sojasam. Genau. Kohlsam. Genau. Wir haben schon. Hafer, haben wir schon. Sinf. Gerstensamen. Und Hafer, Samen. Hafer haben wir hier schon. Da können wir ja das in Merke brauchen. Jo. Gut. Sinf. also bäume fehlen wichtig haben wir schon wieder etwas sehr schwieriges in einem mobback haben wir es gehabt aber eben die qualität von cursed watch mobbacks sind manchmal echt unterirdisch gibt einfach auch viel zu viele die nicht viel beinhalten oder so und so sachen ganz komisch also schon von der qualität von cursed watch und curse ja webseiten und so es ist grausam niedrig also wirklich so ein jo ich habe halt geld ich mache mal etwas und das mache ich sehr schlecht die leute die das kostenlos machen oder nicht so viel werbung machen die curse watch ja die die verdienen ihr däumchen ja ja ganz viel solange die jo leute auch nichts denken wenn sie irgendwas machen wird es weithin so bestehen sollte guten also die guten und schlecht bleiben und die schlechten halt gut werden durch die viel werbung und das teure zeug das sie machen ist da dann immer wie mehr heiße im internet ja ist leider so aber da können wir ja wenigsten dafür also ich hätte lieber wieder ja et launch ist zwar auch ein bisschen blöd geworden aber ich hätte lieber irgendwie so ganz normale launch wieder zurück wie früher feed the beast und technik launch und so einfach mit mehr mods oder wo man jo geupdatet hat und so schon die geupdatet werden als da bei curse forge launch oder alle mods zu suchen und dann zu spielen let's playen oder und dann merkt man sie sind schlecht weil man sie dann irgendwann mal sieht die schlechten dinge oder das ist einfach so ist immer so aber gut wir haben eigentlich noch gar keine setzlinge sonst wir müssen mal setzlinge holen ja die fruchtbäume brauche ich auch so langsam ich tue mal hier schon mal fruchtbäume ah jetzt habe ich da kopfsalat haben wir aber schon nein das ist kohl mache ich die hier gut also wir gehen jetzt mal kurz auf reisen holen ein paar bären und gehen noch in diesen ähm in diese burg diese feste nähe ja so wunderbar wir müssen sowieso noch ein bisschen essen ich habe jetzt gerade kurz geschalten vor dem part dass ich einkaufen gehen muss erinnerung aber ich bin noch nicht fertig mit dem let's play part da muss ich noch ein bisschen warten noch ein bisschen ja Lärm weg machen von draußen also warten bis der Lärm draußen fertig ist und habe deshalb jetzt schon den Teil so gut aber ich gehe einfach spät ein da haben wir noch irgendwas schwarzer Pfeffer glaube ich so Zuckerrohr brauchen wir noch genau was haben wir sonst noch hier noch nicht viel einfach in den Wald was ist das Salz ja Zitronen haben wir noch nicht jetzt fällen wir hier auch noch einen Baum nee der ist zu schön den fälle ich nicht so was haben wir hier ein grünes Ei von einer Ente oder so ja von einer Ente wie cool also wir brauchen Eichen wir brauchen Birken und irgendwo müssen wir auch noch Fichten entdecken Birken sind hier schon im Hintergrund auf der Map zu sehen so wir brauchen noch Setzlinge also du Ente ich muss dich irgendwie merken okay Ente ich möchte dich auch ein bisschen zähmen können geht das nicht geht das nicht nicht so nicht so willst du gar ein gefangenes Tier sein schade naja vielleicht geht es ja noch entscheidet es sich um der Ente weil die Stockänder sind ja braun die Weibchen genau und die Männchen haben einen grünen Kopf so Quartaloupe okay kenne ich gar nicht so Müll also wir brauchen noch einen Fisch äh Birken Dingsetzling so sieht cool aus Schwarzzeichen klar haben wir jetzt schon zwei also Schwarzzeichen der nächste Vogel da sind die Vögel hier oben cool ist nett wow danke was ist hier unten nix ey das Modpack haltet uns auf mit diesen verschiedenen Sachen ich möchte ja eigentlich ja noch in die Ruine gehen also die Restung ist ja keine Ruine okay dann machen wir die zwei noch kaputt ähm haben wir Eisen mitgenommen genau wir haben Eisen mitgenommen ähm jo gut gut da hat er ein bisschen noch mit der Steinspitz äh Steinaxt äh heute habe ich gerade ein bisschen die falschen Sachen im Gedächtnis geht besser wenn wir schon mal hier runter gehen und dort wieder hoch so ich holte schon ein bisschen nach hinten wenn mein Stuhl ja kaputt ist er hat keine Federung so gehen eigentlich Federn am schnellsten kaputt wegen den Bewegungen ist ja auch aus Eisen hm ist wahrscheinlich nicht Eisen deswegen muss etwas anders vielleicht auch Stahl oder so aber da kenne ich mich nicht so aus so ein Kräfting Dübel so ein Kräfter wenn man immer zu viele Items hat das ist nötig so jetzt geht's auch schneller natürlich wenn ich hier wieder hinkomme und den liegenden Crafting Table finde bin ich glücklich okay fliegt gar noch nicht so gut also ich habe viel zu viele Sachen deshalb hol unter Bären raus Afra habe ich sowieso schon dann wäre eine Himbeere also Himbeere sein gut ich mache eher diesen Loot und ja jetzt so langsam müssen wir wieder zurück gehen ich habe ja beierst zwei Setzlinge weil da oben ist noch okay haben wir jetzt genügend vier ja noch mehr genau also wir haben noch keinen Wegpunkt dort gemacht Mist jo ist die Ruine in der Nähe nein die ist nicht in der Nähe also dann laufen wir langsam mal wieder ein bisschen zurück wir sind in einem Bogen wir laufen gerade kurz die Ruine ist dort ich laufe zur Ruine und mache dort einen Wegpunkt und laufe dann wieder zurück oder nein ja hm ist ja nicht so gut wir müssen ja trotzdem laufen so ich möchte einfach einen Wegpunkt in der Nähe von der Ruine haben dass wir uns dort wieder hin porten können deshalb laufen wir kurz dorthin ist ja die richtige Ruine ja ja klar dort ist sie und dort ist auch noch ein Dorf gut nicht dass wir zwei Ruinen haben warze Bohnen nein ich brauche die Samen und Pfeffersamen sehen gleich aus hm und das hier Sellerie also das können müssen wir nicht mitnehmen Sellerie Samen ok jetzt sind wir aber voll jetzt gehen wir einfach dorthin Waypoint machen und dann können wir sie noch kurz besuchen ja es ist schon eine Ruine es ist ja völlig kaputt aber cool dass es etwas gibt so nicht ganz in der Nähe äh Ruine ins und jetzt müssen wir einfach haben wir ein Boot dabei? genau jetzt müssen wir einfach irgendwie so gut wie möglich wieder dorthin kommen also beim Lager war es hm ich habe schon wieder vergessen Wegpunkte schwarze Bohnen hier haben wir ich habe irgendwas eingesammelt noch wie hat er gesagt also schwarze Bohnen na gut und das hier und gibt so viele Büsche Blaubeer also wir haben da noch äh was ja Pfeffer genau Pfeffersamen haben wir Blaubeer brauchen wir nicht Blaubeersamen nen Bär cool kennen wir auch Bärensicht ich hätte gerne einen Kampfbären ok ok das müssen wir auch merken ja Chili und Mais so ok so schnell haben wir unser Inventar wieder voll heftigst aber ja lieber effizient sein und Inventar voll haben als die Sachen dann nicht mehr finden ist ja sonst nur mühsam so wo ist denn der Bienenstock hm da wo der Pfeffer mischt wahrscheinlich äh da vorne man findet es einfach nicht so schnell so also äh vor gut zuerst einmal Chili Schotten müssen wir nicht anpflanzen die Sachen rein genau das Ei da Pfirsich Zitronen Wapfel das Spätemann und zwar müssen wir jetzt die Setzling anpflanzen ich tue mal die Birken hier zuerst dann das Schwarz einbauen das ist auch noch wichtig dann haben wir ein bisschen weiter weg noch genau also haben wir hier irgendwas äh das sieht jetzt nicht so aus noch irgendwas anzupflanzen wir können ja mal Holunde hier genau und ja die Hacke brauche ich dann noch so also ich brauche äh Hacke wieder da eine Hacke wieder brauche ich noch mehr so oh Baum ist schon gewachsen hm dann brauche ich sozusagen ja Eimer noch und so also erstmal also erstmal nochmal Holunder Himbeeren Sellerie Melone Warzebohne Pfeffer Kuhn Laubeere Chili Hafersamen ähm und der Zuckro die andere Seite so gut ähm jo wir machen nochmals was tun tun so das war hier so also tun wir mal genau genau der Loot rein das ist Simitare ähm ja ich müsste den Baum schon fehlen ja also wir wollen so eine dunkle Burg machen wir müssen also Tiefenschiefe holen ich tue jetzt einfach mal ein Burghaus bauen ja ich denke es wird schon Tiefenschiefe sein wenn ich Schwarzstein mir gefällt der Schwarzstein nicht so sehr ja auch da von den Spätz also von den ja verziert nicht verziert ähm einfach kleine Brickstones ein äh Zeigel nehmen wir am besten einfach schauen wie es am besten aussieht immer schön schauen bevor ihr baut oder während ihr baut dass es noch schöner werden kann ja ja noch viel schöner ihr könnt was bauen ist dort eine Kunst ohne viel Erfahrung könnt ihr halt nicht so viel schön bauen irgendwann wird immer etwas hässlicher hehehe ich mag es aber auch wenn es hässlich ist nur ich kann nicht so gut hässlich bauen hehehe ich will es nicht so noch massenschwarz wir könnten eigentlich viel Holz auch gebrauchen für gewisse Sachen für den Boden dunkel sein so böse na na ok die ersten Sachen sind reif können wir also ernten ja hier noch sowieso nicht und die sind erst angepflanzt aber schön dann haben wir schon mal etwas gut dann machen wir hier oben mal das Holz hin so tun oh nein ich wollte die 17 nicht mach mal so die einfach mitnehmen na gar nicht 64 und hier oben machen wir mal den Stein rein mal ein paar Sachen mal ein paar Sachen die Stein aussäen Köpfe kann ich noch irgendwo anders hin tun und ich tue auch mal die Köpfe rein hier so dann haben wir doch schon mal ein paar Sachen ja haben wir eigentlich Eisen irgendwie äh nicht so wie das Eisen ja ich habe es ja alles schon geschmerzt ok ähm was wollte ich machen ähm mal eine Schere ja ich wollte doch Eisenspitzacken genau ok dann hoffen wir aber dass die Shady Creeper und so nicht wieder böse sind wir waren heute echt extremst gut ja Dankeschön fürs Zusehen bis zum nächsten Mal euer Drago Basler Tschüss